Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Cherry Soda. Der Cherry Soda ist ein sommerlicher, weil unglaublich erfrischender Cocktail ohne Alkohol. Er ist einfach und schnell gemacht. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. Kugel Vanilleeis, 10 cm Kirschsaft, 10 cm Sodawasser. Folgende Utensilien werden benötigt. Tumbler, Trinkhalm. Zubereitung. Das Vanilleeis in einen gekühlten Tumbler geben. Den Kirschsaft über das Eis geben. Mit Sodawasser auffüllen. Sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Du bist nervös. Dies ist ein Schilder, bet опредeltes. Dies ist ein Schilder, bet dauert, undactorst auf dem Armut. Es ist ein Schilder, bet Euroce. Ich habe das schon als Schilder. Sonstitut. Vielen Dank.